Ha, ey, heute mal wieder mit Perücke, oder was heißt wieder das erste Mal? Alter, ich weiß nicht, was ihr macht, am 1. Juni. Aber ich geh auf jeden Fall zum Rap Battle, MCM, Rap Freestyle Live Battle, Rap. Mon Ami Weimar, bin ich sowas von am Start. Und, ich hab ja, Moment, kurz aus dem Bild laufen. Also, es gibt jetzt die neuen Fünfer und ich hab's echt, ich hab alle meine alten Fünfer ausgegeben und ich hatte so eine Angst, dass ich nie wieder einen kriege und jetzt bin ich auf der Straße. Ah, ein Glück, ey, da lag wirklich noch ein alter Fünfer rum, die hab ich gefunden und die werd ich jetzt auch in Ehren halten, weil die neuen Fünfer, die gefallen mir gar nicht. Die gefallen mir gar nicht. Ich mag die nicht. Kann ich nicht leiden.